Another day, another outfit. Heute mal wieder, ihr wisst es ja schon selber, kuschelig. Ich habe mich für diesen Oversize Pulli entschieden, dazu habe ich auch noch eine passende Hose, aber ich dachte, bei dem Wetter könnte die vielleicht auch noch nass sein. Deswegen habe ich mich mal wieder für meine Mom-Dienes entschieden und dazu meine sehr kuscheligen Warmboots. Und da es jetzt schon irgendwie leid bin, die ganze Zeit nur Downjagen zu tragen, habe ich halt auch unter meine Heated Unterwäsche und mich heute noch für einen Mantel entschieden. Ich darf auch hier keinen Schal fehlen, damit es auch wirklich warm ist. Und dazu trage ich diese schwarze Tasche hier, passt alles rein, was ich brauche. Das ist der gesamte Look and you're good to go.